Hallo Ali, ich bin's wieder. Warum ich eigentlich hier bin und befinde mich vor einem einschlägigen Geschäft, dessen Logo man hier sieht. Ich möchte hier keinen Namen nennen. Was will man noch mehr? Im Kuhstall? Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Neko! Und da rückblickt auch noch zwei Zentimeter. Freikheit, oder? Von und zu rüber aus. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein, Schmatzei, alter Knack aus dem rostigen Städtchenerlenkbach in Wien. Es ist spannend. Ich bin nämlich im Donauzentrum in Wien und befinde mich vor einem einschlägigen Geschäft, dessen Logo man hier sieht. Ich möchte hier keinen Namen nennen. Und habe natürlich gefragt, ob ich hier filmen darf. Und habt ihr eine Idee? Warum könnte man mir das verweigern, dass ich hier filme? Nein, es war so. Ich habe angefragt und ich habe nicht vorab angefragt, ich bin nur hergelaufen, weil das hat schon einmal funktioniert. Und natürlich habe ich beim Nein gesagt. Warum bin ich hier? Wir wollen uns nämlich über den Harry Potter Zug auslassen, der hier in der Luft hängt und die Schienen unter dem Boden verloren hat. Nein, die Räder über den Schienen verloren. Ihr wisst Bescheid. Warum ich eigentlich hier bin? Weil ich einen Versuch starte, für das eitle Kinderkram so richtig viele Steine zu kaufen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht kriegt man das mit diesen Literbechern hin und wollte einfühlen eine 1x1er-Fliese rund. Die hat es aber nicht gegeben. Es hat nur gegeben die 1x1er-Fliese abgerundet mit rechter Winkelgeschichte. Das werden wir erforschen, wie viele da jetzt drinnen sind und wie der Teilepreis pro Vlies ist. Wir haben das errechnet und waren bei so ungefähr 0,03 Cent. Was dann nicht wirklich günstiger ist, als wenn man es auf Bricklink bestellt. Egal. Ich werde das erforschen und sage euch das gleich. Und ansonsten... Tja, nachdem ich nicht rein durfte, war es das schon wieder. Ich habe nur ein illegales Foto gemacht von der Titanic. Die hat mir so gut gefallen. Die habe ich fotografiert. Die schaut so aus. Das wollte ich euch noch zeigen. Ansonsten freut mich, dass ihr noch dabei seid. Das Kinderkram hat ja schon wieder Betrieb. Jeden Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr haben wir geöffnet. Kommt doch mal vorbei. In diesem Sinne, bis später, bis dann bis irgendwann hier auf diesem bunten YouTube-Kanal. Ein Lego-Kanal. Schau, du blickst auf. Es sind drei Zentimeter. Da bin ich. Hallo. Ja, ich bin. Freiheit, oder? Von und zu überhaupt.